Hallo und willkommen zu Darius Tabletop und heute schauen wir uns die M18 Hellcat an und wie gut dieses Itallery Kit gebastelt wurde. Auf jeden Fall hat es ein bisschen Zeit gebraucht, ich glaube zwei Stunden hat es gebraucht das Ding hier zusammen zu basteln. Das ist eines der komplizierteren Panzer, die ich zusammengebaut habe von Itallery und ich zeige euch gleich warum und wieso und wie gut ich dieses Kit finde und warum ich mir eine M18 Hellcat geholt habe. Also ich zeige euch mal die Verpackung, diese Version ist es, ich habe die von aus Ebay für 25 bekommen, ich glaube die Bold Action Version ist ein bisschen teurer, aber ihr könnt auch auf jeden Fall mal gucken, vielleicht lohnt sich sogar ein 3D Druck, dann spart ihr euch so ein bisschen Zusammenbastelarbeit. Allerdings ein wirklich schönes Modell, deswegen da kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen, so sieht das nachher aus. Open Top 7 Plus und hat Racky also 140 Punkte in Bold Action und mit Racky dann 150. Wird glaube ich ganz cool. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen wie das Zusammenbauen war, also es kommt hier auf so einer Sprue, die so leicht olivgrün ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Ding hier nicht benutzt, wie auch immer man das hier nennen will. Mir hat diese Ausführung ein bisschen besser gefallen und ich zeige euch jetzt gleich wie der Zusammenbau lief. Lief insgesamt ein sehr schönes Modell. Der Zusammenbau, wie gesagt, war ein bisschen komplizierter als der der anderen Panzer, einfach weil hier so viel, lasst mich das mal aufmachen, weil hier tatsächlich so viel am Werk war. Okay, und wie ihr sehen könnt, da geht schon einiges ab im Innenraum sind hier noch die Geschütze und ich habe hier noch Leute reingeklebt und gewisse Stangen an der Seite und innen. Hier hätte ich das MMG noch ein bisschen abschleifen können, aber wie ihr sehen könnt, es hat so ein bisschen so ein Innenleben und das müsst ihr natürlich auch kleben. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Modell. Also fangen wir mal an mit, wenn ihr auf jeden Fall dieses Modell kaufen solltet und zusammenbaut, dann empfehle ich euch auch hier das Video anzuschauen von Herbert Erberderb, der das zusammenbaut im Detail. Wenn ihr mal nicht weiter wissen solltet, hört auf sein Rat. Es hat mir sehr geholfen, weil hier ein paar Teile waren einfach unklar, wie werden die zusammengebaut. Das ist alles, was dabei ist. Genau, und man fängt sozusagen an mit den Tracks. Nichts Spezielles oder Neues, aber also im Grunde am Anfang hat es sehr, sehr gut zusammengepasst, aber ich habe es ein paar Mal auseinandernehmen müssen. Aus folgendem Grund. Also hier, die Reifen könnt ihr ohne Probleme zusammenstecken. Und dann hatte ich das untere zuerst drauf und dann habe ich geguckt, wie das alles zusammenpasst. Und die Teile, die 61 und die 63, sahen ganz genau gleich aus. Allerdings würde ich, glaube ich, gucken, dass man das hier vorne hinklebt und das hier hinten. Es kann sein, dass sie minimal anders sind. Und auch die unteren Tracks oder die unteren Ketten sahen ziemlich gleich aus, nur dass an einer Stelle das Weiße nach oben ging. Und es ist aus diesen Bildern nicht ersichtlich, ob es die Rückseite ist oder die Vorderseite. Deswegen, so wie Herbert Herbert das auch empfiehlt, würde ich zuerst das oben hinlegen, weil oben ist es ganz klar, wie es hin muss. Dann wisst ihr, in welche Richtung sozusagen die gehen müssen. Dann würde ich die 61 und die 63 fixieren oder anlegen und dann schauen, wie die 66 da hinpasst. Gleich hier für die andere Seite. Wenn ihr das zum Beispiel dann nicht macht, so wie ich es euch geraten habe, könnte das hier passieren, wie ihr sehen könnt. Die hier gehen nach oben und die hier gehen nach unten. Die sehen gut aus von der Seite und auch von vorne. Aber ich wusste jetzt nicht ganz genau, in welche Richtung muss es denn gehen. Und auf der einen Seite hat es eben so gut gepasst und auf der anderen Seite hat es eben anders gut gepasst. Aber irgendwo ist der Fehler. Ich glaube, das ist die richtige Seite und das ist die falsche Seite. Also wisst ihr, wie ich sozusagen die Ketten aufgeklebt habe. Aber irgendwie hat es dann trotzdem gepasst. Deswegen sehr mysteriös. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann klebt man hier so einen Innenraum und einen Teil drüber. Das zeige ich euch jetzt. Das heißt, hier kommt sozusagen unten kein Problem. Die Sachen haben perfekt zusammengepasst. Dann klebt man hier so einen Innenraum zusammen und der wird dann unten angelegt. Man denkt so, okay, wo soll ich das anlegen? Und da wird es dann da drin so eins und zwei solche kleine Schienen geben. Da wird es dann perfekt drauf passen und da habe ich das dann reingeklebt und zugemacht. Schon auch so mit der Sorge wird der Turm dann da perfekt reinpassen. Aber ich nehme an, ja, gleichzeitig kam es zu dem Problem. Aber dazu kommen wir dann noch. Dann tut man hier so eine kleine Axt, einen kleinen Hammer an die Seite packen. Bisschen unnötig, so diese kleinen Teile rausschneiden. Man muss aufpassen, da wo sozusagen die Teile sehr fein sind, könnten die leicht abbrechen beim Rausmachen aus dem Gussrahmen. Die größeren Teile haben da keine Probleme. Hinten so ein paar kleine Teile. Das hat diesmal gut geklappt. Ich war gewarnt. Ich habe zum Beispiel schon mal einen Panther gebaut und wie ihr sehen könnt, diese kleinen Teile, genau diese Elemente, die waren dann beim Panther einfach verbogen oder abgebrochen. Und diesmal habe ich die ganz, ganz fein rausgemacht. Hier auch diese Elemente und ja, sieht man fast gar nicht. Aber da muss man immer aufpassen, wenn die so ganz, ganz filigran sind. Und dann geht es dann, baut man hier sozusagen, geht es dann weiter. Und dann kann man hier zum Beispiel die Luken auf- oder zulassen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Sherman, habe ich die Luke hier zum Beispiel offen. Und das gleiche wollte ich zum Beispiel auch hier machen, bei meiner Hackett. Habe da ein bisschen rumgespielt mit ein paar Positionen, aber am besten hat es mir dann doch gefallen mit zuenden Luken. Aber ihr könnt da gucken, schaut auf jeden Fall auch, dass sich da der Turm noch dreht, wenn es dann soweit ist. Deswegen habe ich mit den Luken gewartet, bis ich den Turm gebaut habe. Und diese Lichter, die hier reingebaut werden, da werden 1, 2, 3 Lichter noch reingebaut. Die hatten einfach eine andere Nummer. Da steht hier dran 22, aber das ist eigentlich die Nummer 15. Der Rest passt perfekt. Dann kommen hier so Bügel oder sowas drüber, über die Lichter. Die waren auch eigentlich unkompliziert, nur dass praktisch an manchen Stellen waren die Bügel dann praktisch ein bisschen zu kurz. Ihr müsst gucken, ein Bügel geht auf die Seite und ein Bügel geht auf die Seite. Aber hier hinten an einer gewissen Stelle war es einfach ein bisschen zu kurz. Das heißt, vier Stellen kleben sehr gut und drei Stellen kleben sehr gut. Und die vierte Stelle hat nicht so ein, wie ihr sie hier sehen könnt, seht ihr das? Da geht es hier ein bisschen weiter und da nicht. Vielleicht hätte ich es abknipsen sollen, aber es hat dann doch ganz gut gehalten. Aber so Kleinigkeiten eben, kann mal passieren. Ihr seid vorgewarnt. Und dann kommt der Turm. Und der Turm ist nicht ohne. Jetzt nicht, dass es super kompliziert ist, aber ihr braucht da schon ein bisschen Gehirnschmalz. Und ihr müsst gucken mit den Augen. Hier wird so ein bisschen so Munition und so ein Ding da drin verklebt. Und sobald man blickt, wie es zusammen geht, geht es auch sehr fein. Gar kein Problem. Das ist gerade so auf dem Kopf. Und dann klebt man praktisch diese Seite und diese Seite vom Turm. Hier ist dann sozusagen, wo man das Geschütz dann reinsteckt. Und das wird dann hier so rotieren. Und dann kommt von unten so dieses runde Teil. Man klebt hier sozusagen einen Turm zusammen. Dazwischen geht dann die Kanone oder der Kanonenschaft oder so. Und dann klebt man die zwei Teile hier drauf. Und da rotiert dann sozusagen der Turm. Also am Anfang sozusagen klebt ihr da so ein paar Sachen rein. Und dann, ich habe jetzt schon Zeug drüber gemacht. Aber theoretisch, ihr könnt hier unten dann sehen. Da kommt dann dieses Ding, wo es dann einrastet in den Panzer. Und was noch? Genau, ich habe mich, man kann entweder Variation A oder B sich aussuchen. Mir hat von Anfang an die ein bisschen besser gefallen. Es sind vier Geschütze dabei. Ich habe irgendwie das Längste rausgesucht. Aber ihr müsst gucken, ob zum Beispiel diese Sachen hier besser reinpassen. Ich glaube, hier kommt es ein bisschen weiter raus. Und deswegen hier so die kürzeren Geschütze reinstecken. Und hier sozusagen ist es irgendwie abgedeckt. Und hier ist sozusagen nichts abgedeckt. Und hier kommen die längeren Teile dann drauf. Ein bisschen so Munitionsding rein. Also das ist irgendwie so eine Munitionsbox. Dann hier kommt das Pintel-Mounted drauf. Passt alles auch super perfekt zusammen. Bereitet alles keine Probleme. Und steckt sich alles gut zusammen. Und wenn ihr dann an diesen Punkt kommt, oder beziehungsweise hier, habe ich dann schon mal die Kanone oder diesen ganzen Turm in meine Hellcat reingeschoben. Ich habe das praktisch so rein. Und nichts hat sich gedreht. Das hat das komplett festgesteckt, wie ihr sehen könnt. Ich dachte so, okay, da geht nichts. Und dann hat sich da nichts getan. Und ich dachte so, okay, ist irgendwas im Weg. Ich bin mir nicht genau sicher, wie ich es gelöst habe. Ich habe dann hier noch ein Stück runtergedrückt. Nicht, dass da irgendwas im Weg war. Also es kann sein, dass ich das hier zu hoch montiert habe. Diesen Innenraum, wo dann sozusagen kleine Geräte sind und die Leute dann da drin sitzen. Wie rum kommt es drauf? Ich glaube, so kommt es drauf. Und wie ihr sehen könnt, in die Richtung geht es nicht. Aber in die Richtung geht es dann gut. Und dann konnte ich das so zum Beispiel auch dann einfach drehen. Ich bin hier deswegen so vorsichtig, weil hier sozusagen diese Gitter oder so dran sind. An den Gittern wird es schwer zu drehen. Sonst dreht man das Gitter runter. Aber genau, hier in die Richtung geht es gut. Gut, es ist nicht so leichtläufig, wie es sein sollte. Aber dann, wenn es mal drin steckt, funktioniert es ganz gut. Und ja, das war auf jeden Fall kurz ein Problem. So, oh mein Gott, der Turm dreht sich nicht. Was soll ich jetzt machen? Wird das hier kaputt gehen? Ich habe mir natürlich gewünscht, dass es funktioniert. Aber vorsichtig auf jeden Fall beim Zusammenbauen und dann nicht gleich brachial irgendwas machen, sondern langsam versuchen, da irgendwas zu drehen oder richtig reinzustecken oder richtig alles kleben zu lassen oder trocknen zu lassen. Nicht, dass da Kleb oder so im Weg ist. Und unten auch irgendwie genug Platz lassen. Also, wie gesagt, war nicht der einfachste Bild. Und dann, hier habe ich geschrieben, broke off. Da habe ich ein Teil, so eine Stange von da oben. Wie ihr sehen könnt, die habe ich hier so einsetzen wollen. Die ist beim Rausknipsen einfach abgebrochen. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt da abbrechen konnte. Also, wie ihr sehen könnt, hier aber ganz viele feine Kleinteile. Hier ist noch so ein Kleinteil. So eine kleine Stange. Und hier sollte eigentlich auch eine sein. Ich wollte die reinsetzen mit einer Pinzette. Und dann ist das irgendwie da rein und nicht mehr rausgekommen. Und ich habe gerüttelt. Aber, ja. Achso, und das ist, weiß ich jetzt nicht, wo es im Panzer ist. Es scheppert auch nichts. Wahrscheinlich hat es irgendwo klebt gefunden. Und ist dann da geblieben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann klebe ich halt eine Tasche da drüber. Egal. Die restlichen Teile sind kein Problem. Ihr habt, wie gesagt, diese Gitter an der Seite. Irgendwie diese Dinger. Ein paar Taschen. Eine Antenne. Eine Browning. Passt alles sehr, sehr gut. Und dann könnt ihr noch Miniaturen befestigen. Die Miniatur hätte ruhig auch noch Beine gebrauchen können. Wäre schöner gewesen. Die Miniatur mit den Beinen habe ich hier so reingeklebt. Hat praktisch jetzt das Fernglas. Und hat ein bisschen so das HMG. Oder das MMG da oben im Blick. Und unten, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht. Aber da ist sozusagen der Loader. Mit einer Artillerie-Shell. Man hätte auch sagen können, man klebt es nicht rein. Oder später. Aber ich wollte es da drin haben. Ich wollte einfach das Maximum rausholen. und insgesamt ein sehr schönes Kit. Bisschen kompliziert. Nehmt ein bisschen Zeit und Geduld mit. Schaut euch Herbert Erbiterbs Video an. Oder meins. Aber am besten seins. Der zeigt Step by Step ganz genau. Und Vorsicht bei diesen ganz vielen grauen Teilen. Wenn ihr die rausschneidet. Dass da nichts abbricht. Und wenn ihr kleine feine Teile reinhaut. Vielleicht mit einer Pinzette. Oder ja. Genau. Und ja. Die M18 Hellcat wird gespielt werden. Im Bolt Action. 7 plus Armor. Ich glaube eine 7 oder 8 plus schwere Anti-Tank Gun. Muss man noch gucken. 140 Punkte. Mit 10 Punkten Racky. Kostet es dann 150 Punkte. Open topped. Gar nicht gut. Aber so wie ich das geblickt habe. Oder so wie ich sagen würde. Oh da fehlt sogar noch ein Teil. Das habe ich nicht mehr gefunden. Das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ja. Viel Spaß beim Bauen. Und wir sehen uns.